die Kiste liegen so ist es einer das Tier hat die Krähe aufstehen keine Ahnung wie die Arbeit und das war so aus da ist es halt nicht kann man nichts garantiert 8 einfach macht ihr was ja sie erntet schon was die Frage ist was was wo also das ungewiss hat Klee gefunden noch mal Klee ich habe Angst ein Wieser arbeitet im See ich habe sie gut ab vor Ort also so weit weg kann es in der Zeit komm immer schlafen auch das nicht weg es hat echt die Frage wo die anfängt warum konnte ich jetzt nicht schlafen er will mich nicht schlafen das er hat erledigt auch ein bisschen Körner Körling was ist der Befehle für für was was für ein Aperlekt wird ein Messer um ich glaube das gibt es okay also erbaut genau unter der Köln das ist doch ab und wenn er meine Spitzkirche zurückgibt so okay jetzt müsst ihr nochmal schlafen gehen komm mal nicht ins Bett kann mich gegen aber erschmeißen das sind du gut um Poggeber und die Nutzung Poggeber das kann ich ja mal hochkommt das ist beurte schlafen kann es vielleicht ich vielleicht mag ich einfach nicht bei mir klappt es erscheint da ich bleibe ich werde ich helfen ich stebeleidigte Leberwurst so ich könnte aber helfen wo man jetzt die Farbe aufbauen also unser System der Kasse hier wohin dort egal dieses Mal die andere Seite einfach drangeklatschen Block mit wasser fertig so recht das kann ja nicht sein groß ist denn das Feld von der Quelle kann er sein dass die chunk mäßig meint sie steht in den chunk er kommt hin okay die meint genau ein Schank 4 glaubst du so genau Chunk weiter das heißt wenn ich die beiden das hätte und dass sie eben in einer Chunkmann und heute das eigentlich so wenn ich ein Hammer habe k Paternabend als Kind was kann ich meinen mit Zeug was ist denn das also wenigstens target kraft die kiste und die query die kaste hierhin und dann kriegst du fuel ich klicke Fakt sie funktioniert das hat mich viel kohle er war sehr in einem eine kohle kann 96 Blöcke brechen okay zeigt das sogar so inventories das items das tage das musst du schnell verblüht man am schlot raus es war ein dritter oder soll jetzt eigentlich funktionieren dann auch wenn ich der wasser auch was das gewartet gewartet dort er dauert hat länger ist ja egal derzeit die Ewigkeiten braucht und die Gießkampf ist die Frage ist ob wenn sie voll ist ob es über bei mir lebt es wieder kann man eigentlich die Kölner abschalten was hast du damit erst zu tun da kann man nicht abschalten die Gießkampf ist voll sie wird voll sie wird rüber genommen sie wird entleert läuft 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 ok er tut abbauen aber wenn ich hier Block abbau es gibt einfach zwei Items was halt voll ist und eins was halt leer ist zwei Gießkanne meist oder was ja das versimpelt die ganze kann ich schon sagen mal anschauen was du hier oben anstellst bist du eigentlich da unten in meiner Mine das kam auch von von unten berg hoch sehen sie nichts ich tue das nur Kürbis essen Kürbis 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 erbringen und nichts oder glauben wir können blaster machen dazu lütscher kann train damit Bio Zeugs so wir schauen mal daraus haben wir da was interessantes Video aus Millionen noch sinnvolles machen das ist doch eine Million Joe Marshall wie jemand kann man da interessiert Essen Lasterlin kann man essen das ist immer gut mit Kürbis Kopf den kann ich mir eigentlich aufsatz eigentlich jetzt schaut das alles voll lustig aus das ja Kürbis Kürbis 50 ist von Meck da in der Mensch mit dem Kürbiskopf der Kürbis Kopf also das ist die Querie ja aber die Tische Brau Hörl und die Strom nur Kürbis Kohle oder Brennstoff 6 Blöcke Prostik schafft sie ok Leu ja 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 wenn ich jetzt hier was hinbaue dort ist vor Ort ich will dich dreinbar HH als ich einfach freilich sie tut es einfach nicht immer von der Kiste mit Klumpet was drin ist sie tut es tut nur seine aktuelle Ebene immer oben schicken er wird nicht immer das Ganze durchschicken war ja auch doof vielleicht ist auch daran dass gerade keine Blöcke rauskommen er ist nicht doof du bist doof wir haben jetzt zwei wunderschöne Dinge geschafft in nur 40 Minuten wir haben eine Farm und wir haben eine Query zu was sagen sie dazu traumhaft ich bin begeistert surprise surprise wir haben einen Alois-Matter der fast voll ist hast du du hast wieder nix mit drauf genommen oder? nö ich habe gesagt nimm von der Kiste ein paar Sachen mit damit sie leer ist hast du eigentlich zu auch mal? nö kein Wunder dass die keine haben will hier Reis was ist das denn für Zeugs? also das ist gewachsen ja Industrialhampf Anola M-Fiber keine Ahnung Lurien Schotter keine Ahnung was das bringt aber es macht sehr schöne Konstruktion die ich hier gemacht habe, oder? würdest du aber die zwei Kabeln dir sparen können, gell? Control allein geht auch schon kann sein ja du könntest einfach nur eine zweite Waterinkel bauen das wäre viel zu einfach mal ein bisschen der Sinn ich baue noch eine Waterinkel dann nochmal die Produktion verdoppelt da hast du durchaus recht weil da haben beide gleichzeitig was zu tun genau ähm da sollte ja nicht zu schwer sein das haben wir ja und dann noch ein bisschen addit so zack ich fühl mich alt du bist auch alt ja ich bin echt alt zack ja echt 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 die 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 also fassen wir zusammen ich hör dir nie zu und du bist alt das magst du nicht? haben wir eigentlich Puzzle gern glaub nicht ich weiß es nicht wie das System funktionieren würde wäre es schöner tja obwohl wir müssen es ja wieder mit da müsste halt jemand das System machen ja was soll ich denn dafür ja also heute ist Freitag wir haben montags letzte Mal aufgenommen ja ich weiß es sind vier Tage ja ich weiß es ist einiges schaffbar so sagt man halt so dass man vier Tage einiges schafft es heißt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ja vier Tage mein Gott, bin ich gut ähm er kann rechnen Dienstag keine Ahnung kein Bock Mittwoch keine Ahnung kein Bock ähh kam's internet stopp hatte ich wieder keinen Bock und Freitag was hat sich daran Minecraft zu fixen und morgen wirst du modback fixen morgen werde ich bei der Schnäpfe anrufen und modback fixen damit das auch mal gemacht aus obwohl ich ja so dass ich ja jetzt nur über DSL habe ich trotzdem ping von 28 oh wir sollten reingehen das stört nicht gut aus also er hat insgesamt mir auch eine bessere DSL Leitung gegeben gut wir sind jetzt beim Marktführer ist da vielleicht damit auch was zu tun glaub ich nicht kann nicht schlafen kann nicht schlafen es ist ein Monster in der Nähe auch so und also auch 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 auch